Hier ist Roland vom WECON Netzwerk München. Wir sind heute hier an einem ganz besonderen Platz, nämlich auf der Almhütte im Werksviertel Mitte bei einer ganz tollen bayerischen Brotzeit. Wir freuen uns sehr das WECON Netzwerk München heute hier bei uns zu Gast zu haben. Wir haben gestartet mit einer Nachhaltigkeitsführung im Pfani Museum erst mal. Die erste WECON Netzwerkveranstaltung hier in München ist richtig gut, weil man so viele tolle Menschen kennenlernen darf. Sehr offene Leute, man kommt sofort ins Gespräch. Es ist ein richtig klasse Event und eine tolle Location. Das macht einfach echt Spaß sich mit denen auszutauschen. Das Aussicht ist super, das Wetter war top. Wir haben die Schafe am Start, wir haben vor allen Dingen coole Leute hier und es macht echt Spaß. Es ist eine mega Location, vor allem wahnsinnig viel Leichtigkeit drin. WECON Netzwerk ist jetzt Kick-Off. Es ist total schön, es ist total nett. Es werden schon die ersten Kontakte geknüpft und wir sind schon fleißig am Visitenkarten tauschen und Netzwerken. Ich bin dabei um eben mein Netzwerk zu vergrößern. Tolle Leute kennenzulernen von anderen Branchen und so weiter und das war einfach ein mega Erlebnis. War super. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin schon lange im in Anführungszeichen Networking-Geschäft, aber was ich heute hier erlebt habe mit sehr netten Kontakten, netten Menschen, aufgeschlossenen Menschen, die alle zum Gespräch und zum Austausch bereit waren. Das hat mir gut gefallen und dann freue ich mich auf die kommenden Events, die WECON hier in München anzubieten hat. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.